Nicht sein. So. Guck mal aber erstmal, äh, Dings hier. Jump Run an. Das sieht ja recht einfach aus. Gibt's anscheinend irgendwie auch Checkpoints oder so. Wow. Recht einfach, sagt er. Oh mein Gott, bin ich schlecht. Ähnlich wie Twitch Rivals. Ja, so in der Art. Genau, ja. Könnte man mit Twitch Rivals tatsächlich vergleichen. Ja, so in der Art.